Nachdem wir am ersten Spieltag gegen Schalke die Punkte liegen gelassen haben, wollen wir natürlich am zweiten Spieltag hier gegen Dresden endlich drei Punkte einfahren und damit begrüße ich euch herzlich zum zweiten Spieltag mit dem HSV in der zweiten Bundesliga. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen dieses Spiel heute im Textmodus und ich bin gespannt, wie wir hier in dieses Spiel reingehen werden. Ja, wir schauen es uns einfach gemeinsam an. Auf geht's! So, natürlich die Ansprache vor dem Spiel und wir sagen den Jungs jetzt einfach mal, ich will heute sehen, dass ihr Gras risst. So, klassischer Textmodus. Auf geht's! Wir können das Ganze ja ein bisschen schneller machen. Jetzt haben wir es. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein, schauen uns das Ganze mal an. Achte Minute, Ecke von links, aber keine Gefahr. Der Ball kommt einen Tick zu hoch für Grenier und der kann ihn beim Kopfball nicht mehr anscheinend drücken, das Leder geht knapp über das Tor. Chance für Dresden, aber auch nichts passiert. Der Stürmer schnickt noch einen Haken und vertändelt so die Chance. Jetzt nächste Möglichkeit. Über Salz, doch Broll kommt aus dem Tor und pflückt den hohen Ball sicher runter. Ecke von rechts. Jetzt ist der Textmodus doch ein bisschen zu schnell, ehrlich gesagt. So. Sonny Kittel prüft Broll mit einem Versuch aus 30 Metern, aber der hat keine Probleme in dieser Situation. So langsam muss man dem HSV aus den vielen Chancen auch endlich Kapital schlagen. So geht das hier noch nach hinten los. Sei es mit einer Möglichkeit, nachdem er Löwe hat aussteigen lassen, aber er wird durch einen guten Einsatz von Broll gerade noch an Vollstrecke gehindert. Schade. 27. Minute. Jannik Stark schlägt den Ball aus dem Mittelfeld hoch in den Strafraum. Da Ferner liegt etwas ungenau quer zu Borello, der den Ball aus 11 Metern trotzdem aufs Tor bringt. Fernandes wird dazu einer richtig guten Parade gezwungen. 30 Minuten gespielt, nächste Ecke durch Kittel, zirkelt ein Eckball von der rechten Seite mit viel Effekt in den 5-Meter-Raum. Dort setzt Windsheimer sich durch im Duell mit Säubauer, aber kann den Ball nicht richtig drücken und der Ball geht übers Tor. 36. Minute. Freistoßflanke von Kittel. Missglückt völlig und wird gerade aus diesem Grund brandgefährlich. Broll blickt völlig überraschend daher, als der Ball aus der Querlatte aufschlägt. Ein Dynamo-Verteidiger kann klären. Gute Möglichkeit hier. Gleich ist die erste Halbzeit vorbei. Jetzt nochmal Grenier schießt Löwe an und holt einen Eckball heraus. Letzte Ecke vielleicht vor der Pause. Kittel. Die Ecke segelt hoch in den Strafraum. Im Zentrum behindern sich Seiss und Krippin gegenseitig und kommen nicht an den Ball. Da ist die Chance für Wallace. Dieser legt sich quer in die Luft, nimmt den Ball Volleyball. Boll ist schon sehr los und er macht das 1-0. Jet Wallace in der 42. Minute. Nochmal Kittel mit einem Übersteiger auf dem Flügel. Seine Flanke kommt hoch und weit und genau auf die Brust von Glatzl. Der legt sich den Ball zunächst schön vor und schließt dann mit einem trockenen Schuss in den Winkel ab. Broll ist hilflos und er hebt beide Hände und da ist das Ding drin. Robert Glatzl in der 43. Minute und er steht 2-0. Ein Treffer vor der Pause wäre für Dresden jetzt psychologisch sehr wichtig. Momentan ist das eine erst einseitige Partie. Dresden hatte derzeit nichts entgegenzusetzen. Das Ergebnis könnte sogar noch um einiges höher ausfallen. Jetzt ist die erste Halbzeit beendet und wir führen mit 2-0 und können durchaus mit diesem Ergebnis vorerst natürlich zufrieden sein. Also es hat sich positiv ausgewirkt, dass wir das System hier ein bisschen geändert haben. Kittel vor allen Dingen macht ein richtig, richtig gutes Spiel. Das muss man schon wirklich sagen. Gefällt mir richtig gut. Grenier auch sein erstes Spiel für uns. Und zeigt direkt auch, dass er hier im zentralen Mittelfeld schon auch den Ton angibt. Kann man schon so sagen. So. Dann werden wir mal ein bisschen motivieren hier natürlich. So. Halbzeitansprache. Da will ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Außer, so haben wir uns das vorgestellt. Ansonsten. Rinsheimer. Ja, würde ich noch drin lassen. Ich würde noch nicht auswechseln. Wir gehen erstmal so unverendet in die zweite Hälfte rein. Schöner Steilpass auf Wallace. Der schießt viel zu früh und trifft den Ball nicht richtig. Und der Ball geht deshalb weit vorbei und ist vollkommen harmlos. Sollbauer klärt mit fairem Tackling gegen den durchbrochenen Glatzel zur Ecke. Und wieder Kittel. Manuel Winsheimer schubst im Zentrum und es gibt Freistoß für Dynamo Dresden. Wieder Kittel über links. Gebt mit Schwung in den Strafraum. Und fällt im Zweikampf mit Sollbauer sehr schnell. Klare Schwalbe und er hat Glück, dass es dafür keine gelbe Karte von Benjamin Mattis gibt. Kittel. Wieder steckt eine scharfe Flanke in den Strafraum. Sollbauer rutscht den Ball. Über den Ball. Ne. Rutscht der Ball beim Klärungsverlust vor Glatzel über den Spann und er bezwingt damit seinen eigenen Torwart. Und es steht 3 zu 0. Nach 70 Minuten 3 zu 0 für den HSV. Das sieht sehr gut aus. So, jetzt können wir mal kurz schauen, dass wir hier doch nochmal Kaufmann für Winsheimer bringen. Ja, mehr möchte ich eigentlich nicht wechseln. Jetzt nochmal eine Hereingabe von Kittel. Broll erwischt sie mit einem Hechtsprung, ehe hier größere Schaden entstehen kann. Wallis stand bereit, hat aber das Nachsehen. Und es kommt nochmal Kaufmann für die letzten 15 Minuten für Manuel Winsheimer. Die Fans bejubeln jetzt jeden erfolgreichen Pass ihrer Mannschaft. Ordentliche Flanke von Wallis. Aber Glatzel bringt in dieser Szene leider keinen vernünftigen Kopfball zustande. Das Meter geht gut und gerne 5 Meter am Tor vorbei. Aber ich denke, mit diesem Ergebnis ist er noch nicht zu Ende. Aber mit diesem Ergebnis können wir sehr, sehr zufrieden sein. Jetzt nochmal Dresden. Knipping hat sich offensichtlich verletzt. Achso, muss das Spielfeld verlassen. Bitter für die Dresdner in der 78. Minute. Elas kommt rein. Und noch knappe 10 Minuten reguläre Spielzeit. Patrick Weihrauch mit einem Sprint im Mittelfeld. Und er fasst sich in den Oberschenkel. Er beugt sich hinunter und befühlt die kritische Stelle. Und auch er muss ausgewechselt werden. Eine Oberschenkelzellung. Merschel kommt rein. Und die Zeit läuft. Jetzt nochmal eine Ecke von rechts. Kittel. Extrem scharf getreten die Ecke. Kaufmann köpft auf 9 Metern aus zentraler Position in die dritte Etage. Noch ein Spielerwechsel. Mai für Will. Wir gucken, was wir vielleicht doch nochmal auswechseln. Jatta können wir nochmal für Wallace bringen, der ein gutes Spiel gemacht hat. 5 Minuten noch zu spielen. Mal gucken, ob es noch die ein oder andere Minute Nachspielzeit gibt. Jetzt die Auswechslung. Jatta für Wallace. Langer Ball auf den Flügel. Königsdörfer bekommt den Ball an der Eckfahre unter Kontrolle. Zieht in der Strafform. Lässt Voskowitsch aussteigen. Will schießen. Aber Fernandes wirft sich hellenhaft auf den Ball. Und vereitelt ein sicheres Gegentor. Ganz, ganz stark. Und der HSV nochmal. Eine Ecke von rechts. Tolles Luftduell zwischen Glatzel und Elas. Nach einer Ecke von Kittel. Am Ende kann sich Elas aber durchsetzen. Und bereinigt die Gefahr. Das Spiel dürfte gelaufen sein. Um einen 13. Vorsprung noch herzugeben, müssten die Hanseaten schon ziemlich die Linie verlieren. Ganz schwaches Abspiel von Seis. Eine schöne Angriffsmöglichkeit. Ist einfach verpufft. Zwei Minuten gibt es schon drauf. Und dann haben wir es geschafft. Doppelpass von Jatta mit Glatzel. Der dynamische Gambier kommt in zentraler Position vor dem Strafraum zum Schuss. Herrlicher Heber. Jatta überlistet damit Torhüter Breu. Aber der Ball fliegt Zentimeter über die Latte. Und jetzt ist es geschafft. Wir gewinnen nach 92 Minuten dieses Spiel mit 3 zu 0. Und fahren am zweiten Spieltag unseren ersten Dreier ein. Ich freue mich, dass wir hier so klar und deutlich auch gewonnen haben. Also das System hat meiner Meinung nach gut funktioniert. Das kann man schon sagen. Wir gucken kurz natürlich in die Spieltagübersicht rein. Und können hier auch an der Notenverteilung sehen, dass das System ganz gut geklappt hat, muss ich sagen. Seis hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Auch Kittel hat mir unnormal gut gefallen. Zwei Vorlagen gegeben. Wallace und Glatzel haben jeweils ein Tor gemacht. Seis bester Spieler. Auch Grenier wieder stark gespielt. Auch die Verteidiger haben stark gespielt. Fernandes war stark im Tor. Also es hat eigentlich alles gepasst in diesem Spiel. Und da können wir sehr, sehr zufrieden mit sein, auf jeden Fall. Wir schauen mal ganz kurz auf die anderen Ergebnisse. Der KSC gewinnt 2 zu 1 gegen Darmstadt. Bleibt somit auf Platz 3. Paderborn gewinnt 5 zu 0 gegen Nürnberg. Die gehen hoch auf Platz 1. Hannover gewinnt 2 zu 0 gegen Rostock. Regensburg 1 zu 1 gegen Sandhausen. Ingolstadt-Heinheim 0 zu 0. Düsseldorf 0 zu 2 gegen Bremen. Holstein-Kiel 0 zu 2 gegen Schalke. Also Schalke schon 6 Punkte geholt. Ja, auf Platz 2 hinter Paderborn. Und Aue spielt 1 zu 1 gegen St. Pauli. Sehr schön. Mit 54.554 Zuschauern. Okay, Bremen hatte ein bisschen, Düsseldorf hatte ein bisschen mehr Zuschauer als wir. Aber trotzdem, schon ordentlich. War ein gutes Spiel. Sehr schön. Die Stimmen. Unterm Strich haben wir verdient gewonnen. Bei jedem Spieler war von Anfang an die Spannung und Konzentration erkennbar. Wir haben die Zweikämpfe angenommen und hohe Laufbereitschaft an die Tat gelegt. Komplimente an meine Mannschaft. Damit hat sie die richtige Antwort gegeben. Finde ich auch. Finde ich auf jeden Fall. Achso, das habe ich ja gesagt. Ja, okay. Kann ich so auf jeden Fall unterstreichen. So, Trainer Schmidt. Wir wissen, dass wir am Defensivverhalten noch arbeiten müssen. Wir haben uns schon im Mittelfeld versäumt, den entscheidenden Pass in die Spitze zu verhindern. Also im Großen und Ganzen hatte Dynamo Dresden eigentlich nicht den Hauch einer Chance. Gegen uns. So, bester Spieler. T-Rodde jetzt aktuell schon mit vier Toren nach zwei Spielen. Schaut gut raus. Gut, Freunde. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hinterlasst natürlich gerne einen Daumen nach oben oder auch ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Für呀.